Wie ich höre, bist du ein total Wahnsinniger, wenn's in den Ring geht. Da würde ich am liebsten gleich mit dir reingehen. Und sehen, wie der rauskommt. Wir stehen so nah, das könnten wir auch gleich hier tun. Und wirst du ein guter Junge sein und so wie Patty versprochen hat, zu Boden gehen. Und dann muss ich dir eine Lektion erteilen. Nein, er ist gut, ein guter Junge. Mir eine Lektion erteilen? Du hast unser Wort. Ja, dir eine Lektion erteilen. Alles bestens. Ich will es von dir hören. Mir eine Lektion erteilen. Hatten wir das nicht schon bequatscht? Ist der Junge bescheuert? Nein, nein, er ist. Hat er zu viele Teufel kassiert? Hör zu. Wir haben das besprochen, es ist alles klar. Hey, ja. Der Junge gefällt mir. Er ist tough. Und zornig. Richtig, tough. Vier ERAG-Einsätze, tough. Wieso zum Teufel kommst du denn hier rauf, um zu kämpfen? Oder? Scheißegal, wohin. Wenn du da drüben schon so lange gekämpft hast. Ich brauche eben das Geld, Mann. Hm. Ja. Ja. Man braucht immer Geld. Wenn man mit Paddy zu tun hat. Also. Wieso lässt du mich und John nicht den Deal aushandeln, während du schon mal dein Kampfgesicht aufsetzt? Wir haben den Deal doch gerade ausgehandelt. Denkst du etwa, das war eine Frage? Hey, lass deine verdammten Finger von ihm. Hat nur seine Reflexe gezählt. Untertitelung.